Ich gehe eigentlich nirgendwo hin, wo es weniger als fünf Sterne lang ist. Ich bin übrigens Freitag. Bei mir ist aufgefallen, die Zettel zu gehen. Schau dir die Kaulkwappen an. Die Kaulkwappen haben auch Schlucke aufstehen. Schau, Papa. Komm, setz dich wieder her. Es hat nur das zu essen gegeben, wovor die anderen Gäste im Lokal am meisten Angst gehabt haben. Da, ich hab noch eins. Die von Dünkelheit. Es ist Dünkel. Wenn ich's dir sage, du bist eine Ente. Evolutionär gesehen bist du eine Ente. Was redest du? Das ist doch Blödsinn. Wie kann man denn schneller schlafen? Naja, effektiver halt. Wahrscheinlich träum ich einfach weniger. Das ist gut. Sag einmal, hörst du mir überhaupt zu? Ist das alles so sinnlos? Ja? Ja? Das ist so schön.